Hi, mein Name ist Lea Banks und ich komme aus Oberndorf-Roll. In meiner Freizeit unternehme ich viel mit Freunden, vor allem draußen an der frischen Luft, beim Spazieren, Fahrradfahren oder Chillen. Derzeit absolviere ich eine Ausbildung zur Industriekauffrau bei der Energieversorgung Rottweil, einem regionalen Unternehmen. Ich lerne vor allem die kaufmännischen und betriebswirtschaftlichen Bereiche der E-NRW kennen und habe viel mit Zahlen zu tun. Unsere Produkte und Dienstleistungen, die wir als regionaler Energieversorger anbieten, sind sehr vielfältig. Von daher gibt es auch für die kaufmännischen Mitarbeiter viele spannende Aufgaben.